Bro, wenn du Mr. Berger killst, Stani, dann gibt's hier Krieg bis auf den Tod. Für Mr. Berger, Angriff in 3, 2, 1, let's go! Ich bin Mr. Berger! Ach, Stani, da bist du ja. Ja, da bin ich ja. Na, willst du mich wieder angreifen? Würde ich sehr gerne. Warte, Flauschi ist hier, Flauschi. Ignoriert mich einfach, ich laufe hier nur mit meiner Kuh durch. Flauschi, es hat damit nichts zu tun, sie ist Zivilistin. Komm mit raus, Stani. Ja, ich sag mal so, Max, du willst doch Paul Berger oder Mr. Berger wieder haben, ne? Bro, dass du dich überhaupt hierher traust. Ja, schieß mich ab, Bro, dann kann ich leider für Mr. Berger nichts mehr machen, Bro. Schieß mich ab, schieß mich ab, Bro. Sobald im Chat steht, dass ich down gehe, wird Mr. Berger sterben. Alter, gib mir Mr. Berger wieder, was soll das? Warum hast du ihn überhaupt geklaut, warum übertreibst du so? Bro, warum ich, hä, ich wollte, dass du mal wieder aufwachst, Alter. Seitdem du da mit Evive abhängst und mit Amir, bist du nur noch böse und hast unsere Freundschaft in den Dreck gezogen. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Bro, natürlich, Junge, du bist, du redest die ganze Zeit schlecht in den Videos über mich und alles. Hä, Bro, sag mir eine Stelle, ich hab doch gar nichts mehr gemacht jetzt. Ich hab einfach nur meine Burg hier gebaut. Du hast zu Evive gesagt, dass das mit den Bergen jetzt auf einmal doch nicht in Ordnung ist, dass du das nicht geil findest, dass ich hier beide Berge habe und so. Ich hab einfach nur gesagt, dass du von Anfang an gesagt hast, dass es deine Berge sind. Ja, du hast aber gesagt, dass es dir nicht passt und dass es Krieg geben wird und sowas. Ja? Ja. Ja, 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 ja. So, bleib hier stehen, bleib hier stehen. Junge, was soll das denn jetzt gerade? Gib mir Mr. Berger oder zieh Leine. Wer hier ist, stehen bleiben, stehen bleiben, da vorne stehen bleiben. Oh mein Gott, Mr. Berger, ja, okay. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Ja, gib mir Mr. Berger wieder. So, ich hab jetzt hier Mr. Berger, siehst du das? Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe, dass du Mr. Berger hast, ja. Bro, und Mr. Berger, jetzt geht's, ey, wenn du zu nah kommst, werde ich dich eliminieren, ich sag dir ehrlich. Leute, das ist Mr. Berger, ich erkenne ihn direkt. Ja, du erkenne ihn direkt. Ja, 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 das ist der echte. Okay, gib mir, geh einfach zurück. Ja, Mann, wir sind überall Scharfschützen. Hä? Und ich eliminier den jetzt auch. Na, Bro, Bro, wenn du Mr. Berger killst, Stani, dann gibt's hier Krieg bis auf den Tod. Dann ist hier Ende. Wenn du meinen Hund killst, ist hier Ende in Minecraft. Ich sag's dir. Ey, ich mag's. Ich werd so viel TNT holen, um deinen ganzen Berg wegzusprengen. Dein Berg wird nicht mehr existieren. Ich will einfach, dass du der alte iCrymax wieder wirst. Ja, und das werd ich, wenn du meinen Hund jetzt killst, oder was? Und ich will, dass du dich entschuldigst, was du gemacht hast und will, dass du für den Schaden aufkommst, den du Blackjack und den Dreizackbrüdern zu verantworten hast. Okay, ich geb dir einen Stack Cobblestone, um für eure Base zu reparieren. Die ist ja so wunderschön. Cobblestone? Ja, Bro, das ist aus Cobblestone euer Müllhaus. Bro, du hast mich eliminiert. Ich hab Level verloren. Blackjack zweimal eliminiert. Der hat auch 30 Level. Alter. Wir haben Rüstung verloren. Alles. Das ist drei Minuten in der Levelfarm, Digger. Dann gib mir alles wieder, Bro. Ich werd dir alles auflösen, dann gib uns das wieder. Bro, ich hab doch nicht mal eine Sache von euch genommen. Hey. Ey, Stani. Wenn du Mr. Berger noch einmal schlägst, werde ich schießen. Ganz ruhig. Bro, du hast gerade meinen Hund geschlagen. Stani, ich warn dich. Ich warn dich. Bogen runter. Hör auf jetzt. Bogen runter. Hör auf, Mr. Berger zu schlagen. So, du legst jetzt die Waffen nieder. Du wirst jetzt nie wieder gegen die Dreizackbrüder angreifen. Weil sonst siehst du, was passiert mit dir. Okay, pass auf. Lass Mr. Berger leben. Hä, wie siehst du denn aus? Bro, ich bin King Grimax. König der Bergerburg, Junge. Bro. Hör. Hör. Nein. Stani, ich werd dafür sorgen, dass du vor deinen Schöpfer trittst. Renn besser. Renn. Bro, du hast Mr. Berger gekillt. Ey, Max. Ey, ey, ey. Das war doch... Renn besser. Ey, ey, ey. Das war doch alles ein Prank, Bro. Wie ein Prank. Ey, ähm, Max, Max, Max. Bro, was für ein Prank? Das kannst du doch nicht mehr rückgängig machen. Ich werd alles auflösen, Bro. Wie, wie alles auflösen? Du hast meinen Hund gerade gekillt. Na, Max, ich hab halt... Es gibt... Ey. Ey, Leute. Stani hat Mr. Berger gekillt. Und jetzt lockt er sich aus. Und jetzt lockt er sich aus. Ey, der Typ ist so feige, Leute. Der ist so feige. Leute, hier ist Mr. Berger gestorben. Hier ist Mr. Berger gestorben. Wir werden dafür sorgen, dass Mr. Berger ein ordentliches Begräbnis bekommt. Und ich sag euch, Freunde. Jetzt gibt's hier richtig Krieg. Jetzt ist hier wirklich Ende. Ich werd dafür sorgen, dass diese Dreizack-Brüder, wie die sich auch immer nennen, jetzt gibt's Krieg, Leute. Ich werd dafür sorgen, dass diese Dreizack-Brüder komplett zerstört werden. Ich werd den ganzen Berg zersprengen von Stani, Leute. Jetzt ist hier Schluss mit Lustig. Das sag ich euch. Ich muss meinen Ritter, meinen Ritter-Trupp zusammensammeln. Ich muss Candy Bescheid sagen. Ich muss Wife, Army, ich muss allen Bescheid sagen. Ich werd, Leute, ich werd jetzt in den Krieg ziehen. Ich werd jetzt in den Krieg ziehen gegen Stani, gegen Esio und gegen jeden, der sich mit denen verbündet, Leute. Lasst jetzt ein Like da, wenn ihr wollt, dass wir uns rächen. Für Mr. Berger, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ich hatte gestern leider keine Zeit mehr. Deswegen geht's heute weiter hier auf der YouTube-Insel. Aber ihr habt es gesehen. Stani hat einfach unseren Hund Mr. Berger auf dem Gewissen, Leute. Und das bedeutet Krieg. Mir reicht's jetzt. Leute, ich werde alle zusammentrommeln. Ich werd alle versammeln. Und heute, ich sag euch, wie's ist, das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Heute werd ich dafür sorgen, dass die Dreizack-Brüder dafür ihre gerechte Strafe bekommen, Leute. Ich werd komplett alle zusammen versammeln. Die Wasserkrieger, Flauschi, Candy, alle unsere Verbündeten, werd ich hierher holen. Und dann werd ich gemeinsam mit allen anderen in den Krieg ziehen und komplett die Dreizack-Brüder dem Erdboden gleich machen, Leute. Die haben Mr. Berger ehrenlos vor mir abgeschlachtet. Und dafür wird's Rache geben, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, Freunde, wir müssen jetzt erstmal hier kurz mit Candy quatschen. Candy... Einbrecher! Candy, ich bin's! Achso, sorry für den Pfeil. Sorry, Chef. Alter, du hast deinen König abgeschossen hier gerade. Ich bin auf Alarmstufe hier, weil du weißt doch, was passiert ist. Mein Hund Lamy ist noch da, aber Mr. Berger ist nicht mehr da. Junge, der erinnert mich an Mr. Berger. Hast du ihn aber gefunden wenigstens? Bro! Ich hoffe, dass er wieder zurückkommt. Ach, Candy weiß das noch gar nicht. Mr. Berger wird halt wieder hier sein. Candy, Candy, Candy. Ich werde für Mr. Berger schon mal ein Geschenkchen in die Ecke legen. Das wird sich richtig drüber freuen, oder? Candy, das Geschenk kannst du dir sparen. Warum, wo ist er denn? Mr. Berger, Mr. Berger, hey! Leute, er weiß es noch gar nicht. Er checkt es gar nicht. Wo ist er denn? Candy, Mr. Berger wird nicht mehr kommen. Hä? Wie? Er wird nicht herkommen, weil er schon da ist, oder? Nein, nein. Mr. Berger... Hey! Er versteht es nicht, Leute. Mr. Berger! Bro, Mr. Berger wird nie wiederkommen. Warte mal. Max, was? Mr. Berger wird nie wiederkommen. Was meinst du damit? Bro. Ja? Halt dich jetzt gut fest. Ich halte mich fest. Bro, gestern noch mit den letzten Minuten, denen ich noch Spielzeit hatte, hat Stani vor meinen Augen Mr. Berger hingerichtet. Was? Leute, rest in peace, Mr. Berger, jetzt in die Kommentare. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Was? Ich habe es mit meinen... Das kann nicht stimmen. Ich habe es mit meinen eigenen... Er hat vor mir Mr. Berger... Das kann nicht stimmen. Doch, und dann hat er sich ehrenlos ausgelockt, als ich ihn killen wollte. Nein. Bro, doch. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich hasse Stani! Ich hasse ihn auch, Leute. Für die Aktion werden die Dreizackbrüder büßen. Und Candy... Ich hasse Stani! Candy! Ich habe mir was überlegt. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar... Ich werde ihn erledigen, sage alles gut. Ich werde ihn platt machen. Nein, 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 nein. Wir müssen jetzt mit Taktik das angehen. Komm her. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich möchte, dass du all unsere Verbündeten kontaktierst. Schick Brieftauben aus. Zu den Wasserkriegern. Zu Flauschi. Zu allen. Ich möchte, dass wir... Hilfe! Candy. Ja? Ich möchte, dass wir hier einen Rat einberufen. den Orden der Berger. Oh, der Orden, nein. Der Orden der Berger. Ich möchte, dass du ihn einberufst. Das geht an alle Verbündeten. Ja. Der Orden vertagt sich. Alle in die Bergerburg. So. Das wird ein Riesenevent. Ich muss den Besprechungsraum vorbereiten. Wir brauchen Äpfel für alle. Wir brauchen Getränke. Das ist nämlich jetzt die Aufgabe. Candy, pass auf. Ich gebe dir jetzt eine Aufgabe. Ich möchte, dass du hier in unserem Hof, in dem Burghof, baust du hier gleich eine Tafel hin, wo wir uns alle unterhalten können. Nicht den Baum abbauen. Das sind die heiligen Bäume. Nein. Okay, das war's. Jetzt muss ich den komplett abbauen. Das ist... Ey. Ja? Candy, das sind doch die heiligen Bergbäume. Bau das hier sofort wieder hin. Easy, easy, easy. So, ich mach den Tisch drumherum. Du baust hier einen Tisch hin jetzt. Und dann besorgst du noch Essen und so für unsere Gäste, ja? Ja, mach ich. Was hast du überhaupt hier gebaut gerade? Was ist das hier? Eine Verteidigung. Eine Leiter, die hier hochgeht? Was ist das, Leute? Verteidigung. Verteidigung. Ah. Oh mein Gott. Was? Man kann dann hier runterschießen? Ich bin ein Angreifer. Pschu. Okay, das ist krass. Okay, finde ich gut. Hast du gut gebaut. Und während du hier den Tisch baust und Essen besorgst für unsere Gäste, werde ich noch kurz Mr. Berger beerdigen gehen. Ich möchte das aber allein machen. Wer hat Mr. Berger einen Grab bauen. Wenn du jemanden zum Reden brauchst. Und Leute, bitte schreibt in die Kommentare und gebt uns ein bisschen Kraft. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden, Mr. Berger. Leute, das war... Also Stani wirklich hat es übertrieben. Er hat es einfach übertrieben. So. Ich werde jetzt ein Grab für Mr. Berger bauen. Und eines Tages, da kommst du zurück, aber nicht heute. Candy, wenn ich wieder bin, ist der Tisch fertig. Los. So, okay. Wir müssen jetzt los, Leute. Wir werden jetzt Mr. Berger einmal noch beerdigen. Dann werden wir hier unsere ganzen Verbündeten empfangen. Und dann, Leute, wird der Krieg beginnen. Bleibt auf jeden Fall dran, um das Ganze nicht zu verpassen. Hier hinten müssen wir eigentlich noch ein bisschen... Das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Wir sollten hier hinten eigentlich auch noch eine Mauer hochziehen, damit die uns von da oben nicht angreifen können, ja. Von hinten ist die Burg ein bisschen, ich würde mal sagen, schlecht geschützt, Leute. Aber die Burg wird natürlich noch krasser ausgebaut. Aber jetzt natürlich die Frage, wo sollen wir Mr. Berger beerdigen? Ich finde eigentlich, hier ist ein schöner Fleck, Leute. Hier in der Nähe der Bergerburg. Hier wird er für immer einen schönen Ausblick haben, Leute. Hier wird das Grab für Mr. Berger entstehen, Leute. Unser treuer Begleiter seit der ersten Stunde Maskottchen der Bergerburg. Er wird hier sein Grab bekommen, Leute. So, hier werden wir das Ganze aufbauen. Mr. Berger wird in unseren Herzen weiterleben, Leute. So, und zack. Sieht das irgendwie halbwegs wie ein Grabstein aus? Nee, irgendwie weniger, oder? Warte mal, und... Nein, oh Gott, Leute. So, Leute, das sieht doch eigentlich ganz gut aus jetzt hier. Das sieht jetzt hier halbwegs wie ein Grabstein aus. So, hier, hier ruht Mr. Berger. Treuer Begleiter. So, hier ruht Mr. Berger, ein treuer Begleiter. Dann machen wir hier natürlich noch ein paar Fackeln hin, Leute. Damit das hier auch immer schön beleuchtet ist. So, und dann hier hat er sein Grab, Freunde. Mr. Berger wurde hier direkt neben der Bergerburg beerdigt, Freunde. Oh mein Gott. Okay, Leute, also hier können wir den auf jeden Fall immer besuchen gehen. Unseren ersten Hund, Freunde. Mr. Berger, ruhe in Frieden. Aber gut, Leute, die Zeit für Trauer wird noch kommen. Jetzt ist erst mal die Zeit des Krieges angekommen. Und wir werden heute die Dreizackbrüder komplett im Erdboden gleich machen. Ich brauche TNT. Ich weiß gar nicht, ob wir noch viel TNT haben. Oh, das sieht gut aus, was er hier gebaut hat. Sehr gut, ich muss mal kurz Candy fragen, ob der noch TNT für uns hat. Weil das letzte Mal haben wir schon unser TNT benutzt für die Rettungsmission von Mr. Berger. Ey, Candy. Ja? Hast du noch TNT, also Schwarzpulver? Nee, natürlich nicht. Nee, sowas habe ich nicht. Okay, ich werde es besorgen gehen. Wofür? Was willst du machen? Bro, ich werde die Dreizackbrüder heute komplett im Erdboden gleich machen. Max, warte. Lass uns erst besprechen mit dem Rat und dem Orden. Ja, okay, du hast recht. Du hast recht. Warte mal. Arrive ist auch online. Wo ist deine Emotionen enthalten, Max? Die Wasserkrieger sofort in die Bergerburg. SOS-Notfall. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir werden jetzt alle YouTuber hier einberufen. Und dann werden wir uns beraten, wie wir die Dreizackbrüder angreifen werden. Okay, Arrive hat geantwortet. Er wird kommen. Er hat geschrieben, gib uns fünf Minuten. Sehr gut, Leute. Leute, während wir hier warten, noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar auch dieses Jahr gibt es wieder den iCrimax-Adventskalender. Aber besser denn je, checkt das Ganze aus in der Videobeschreibung. Boah, Leute, ich habe noch eine richtig gute Idee. Damit werden wir ein Zeichen setzen, dass wir uns aktuell im Krieg befinden. Und zwar werden wir uns hier ein bisschen Netherrack nehmen. Und damit werden wir jetzt hier die Burg entzünden. Das bedeutet, dass wir uns im Krieg befinden. Guck mal, Leute. So sieht das hier doch gut aus. Oh nein, 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 oh nein. Wir fackeln unseren eigenen Turm ab. Oh, das geht so nicht. Okay, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Hm, irgendwie sollten wir das hier noch... Zack, wir machen hier mal das Tor auf. Ich könnte mir hier so ein paar Feuerstellen noch hinsetzen. Alter, aber Leute, können wir mal drüber reden, wie krass die Burg jetzt hier mittlerweile aussieht? Die Bergerburg wird immer heftiger. Oh mein Gott, hier unten haben wir ja noch ein Leck. Wir haben die sicher einmal reingebaut. Ey, hier müssten wir eigentlich alles mit Lava ausfüllen. Sage ich euch, wie es ist. Ich glaube, ich werde das mal machen, hier unten mit Lava ausfüllen. Dass wenn Angreifer sich hier reinbauen, dass denen erstmal Lava entgegenläuft. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. So, Leute, wir machen uns jetzt hier mal ready. Wir müssen jetzt gleich unsere Bündnispartner kommen. Ey, Candy. Hey, ich schlürfe hier gerade eine Paulberger Limo. Das ist gut, Leute. Paulberger Limo diesen Sonntag. Ey, aber Candy ist alles vorbereitet für unsere Freunde, für unsere Verbündeten. Es ist angerichtet. Und die Verbündeten sind auf dem Weg. Sie müssen jeden Moment da sein. Und Candy, ich habe mir noch was richtig krass überlegt. Und zwar, ich habe mein ganzes Inventar hier oder das halbe mit Lava-Eimern voll gemacht. Und zwar werde ich die gesamte Base der Dreizack-Hühner mit Lava überkippen. Sag es jetzt auch, Hühner. Guck mal hier. Oh. Alter, Leute. Leute, werden die gleich so wegfetzen. Zack. Das nehme ich natürlich gerne mit. Okay, dann zeig mir mal, was du vorbereitet hast. Ja, ganz normal. Einen Tisch habe ich vorbereitet. Alles rum und dran. Ein paar Getränke für die Gäste. Okay, ja. Und wir müssen mal schauen. Das sieht sehr gut aus. Lass uns das Wasser aber erst mal wieder hoch machen. Zack. Weil natürlich Wasser muss immer oben sein. Wir müssen ja erst nach Eintritt fragen hier in die Berge. Ja, wir müssen ja erst mal checken, ob das wirklich unsere Kollegen sind. Das stimmt. Wir könnten ja auch jede Sekunde angegriffen werden. Und ich habe hier einen Tisch gebaut. Schauen wir uns gleich an. Jeder hat seinen eigenen Platz und so weiter. Boah, Alter, dieses Schieß. Oh mein Gott, das ist ja auch eine richtig gute Location hier. Ja, du kannst mich auch so machen. Zack, guck mal, hier kann man runterschießen. Wenn Leute hier hochkommen wollen, dann macht man einfach... Geh aus dem Weg. Bamm. Boah, das ist ganz schön gefährlich. Das ist echt crazy. Voll die gute Schießchanze hier. Keiner hat eine Chance. Okay, okay. Na gut. Und der zweite Tower wird auch schon gebaut. Hier am Ostflügel. Ja, sehr stark. Habe ich auch schon gesehen, Leute. Alter, die Burg wird immer krasser. Ich sage euch, wie es ist. Stark. Sehr, sehr stark, Leute. Die Bergerburg wächst. Also, wenn ihr noch Ideen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wie die Burg noch krasser wird. Aber wo bleiben denn unsere Verbündeten, Mann? Ich will Rache für Mr. Berger haben. Da oben, hä? Da oben ist Stani. Hä? Da oben. Da läuft einfach Stani rum. Ach nee, war doch nur eine Kuh. Na gut, wir warten auf die anderen, würde ich sagen. Oha. Ey, das ist Feuerpfeil. Hör auf, hör auf, hör auf. Voll daneben geschossen. Wo bleibt ihr? Es gibt Krieg. Alter, wo bleiben denn unsere Verbündeten? Die brauchen ja richtig lang hierher. Wäre das jetzt eine Notsituation, dann wäre das schon ein Problem jetzt. Hallo. Hä? Flausch, wo kommst du denn her? Von hier oben. Alter. Hallo Reisende. Oh, oh, Leute, wenn unser Besuch kommt. Wer seid ihr? Was geht? Wasserkrieger. Wasserkrieger. Ihr werdet schon erwartet. Tretet ein in die Bergerburg. Ja, aber wo? Hier. Tretet ein, tretet ein. Hast du gemacht? Okay. So. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Bergerburg. Setzt euch an die Tafel. Jeder hat einen Platz mit einem Schild dran einmal. Are you? Oh, König Crymax, ja. Du wirst nicht bedroht oder so gerade irgendwas, weil du Krieg geschrieben hast? Ja, es gibt Krieg. Setz dich hin, ich werde es euch erzählen. Okay, wir haben uns voll equipped gerade wieder. Ja, das ist gut. Es ist gut, dass ihr voll equipped seid. Max, wo bist du? Oh, wir sehen uns nicht. Alter, das ist, weil ich Candy hier den Tisch habe bauen lassen. Ja, lass die auf die Seite einfach. Ja, bleibt einfach hier auf der Seite. Okay, hört mir jetzt genau zu. Das ist der Platz für Candy. Der muss da immer in der Ecke sitzen. Hier gibt es eine Paulberger Limo für die Reisenden. Steht an so einem Reisenden eine Paulberger Limo. Warte mal, Candy, warum sitzt du nicht auf deinem richtigen Platz? Hier unten. So, sehr gut. Okay, Leute, hört zu. Ja, okay. Wir wurden angegriffen. Wie? Du wurdest angegriffen? Ich wurde angegriffen. Und... Um wem? Wir haben Verluste zu beklagen. Hä, was? Es gab bereits... Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Ihr wisst nicht, was passiert ist. Was denn? Gestern hat Stani meinen Hund Mr. Berger entführt. Ich wollte ihn retten. Ich war auf einer Rettungsmission und wollte ihn befreien. Und wisst ihr, was Stani gemacht hat? Er hat ihn mir wieder zurückgebracht. Fast. Bis ich ihn gesehen habe. In seine Augen geschaut habe. Und hat vor mir Mr. Berger eiskalt erledigt. Nein! Das ist ein Monster! Er hat meinen Hund Mr. Berger vor mir, vor meinen eigenen Augen fertig gemacht. Er hat mich zugucken lassen. Er hat mich zugucken lassen. Er hat ihn hingerichtet vor mir. Und seitdem... Dieser Dreizack-Loser. Seitdem habe ich Krieg geschworen. Der Orden der Paul-Berger-Ritter befindet sich im Krieg gegen die Dreizack-Brüder. Ich wollte euch fragen, meine Verbündeten. Zieht ihr gemeinsam mit uns in den Krieg? Ja, wir besprechen uns eine Sekunde. Lass uns besprechen. Leute, warum müssen die sich besprechen? Die besprechen sich da drin. Candy, du kannst wieder rauskommen. Ja, ja, ja. Super, Max. Ich habe letztens euer Banner gemacht. Boah, das sieht voll gut aus. Ja. Super. Warte mal. Hängen mal hier neben die Tür. Da einen hin und da einen. Ich glaube, das ist cool. Ja. Boah, das sieht stark aus. Super, Flausch. Die Burg wird immer krasser. Ey, Leute, die bereden sich da drin. Denkt ihr, die ziehen mit uns gemeinsam in den Krieg? Denke schon. Weil ich glaube, alleine schaffen wir es nicht. Alleine, ich meine, das ist Stani, Esju, Blackjack. Die sind in der Überzahl. Wobei, nee, wir sind auch zu dritt. Aber die haben halt krasseren Loot als wir. Ich glaube, allein schaffen wir das nicht, Rachits für Mr. Berger zu kriegen. Leute, ich hoffe, die Wasserkrieger werden mit uns gemeinsam an der Seite kämpfen und in den Krieg ziehen. Was reden die da hinten? Leute, die sind da schon richtig lang am reden. Alter, Leute, ich glaube, ich hoffe, die werden mit uns in den Krieg ziehen. Sie kommen, sie kommen. Okay. Das ist mit dem Halt, das geht nicht, aber... Max! Wie ist eure Entscheidung? Warte, warte, Amir. Warte, eine Sekunde, eine Sekunde. Ja. Amir, komm nochmal ganz kurz. Leute, wie ist die Entscheidung von denen? Das ist ja voll mysteriös. Hä, die machen es echt spannend, Alter. Was machen die denn? Werden wir die Rache für Mr. Berger kriegen? Max! Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Ja. Die Wasserkrieger werden es dir mit diesem Buch hier besiegeln. Was ist das für ein Buch? Ich guck da mal rein, Leute. Was ist das? Verzaubertes Buch Reparatur. Das ist ein Mending-Buch. Und... Guck das andere an. Zweimal Reparatur. Die Wasserkrieger sind im Besitz von Mending-Büchern. Nein. Oh mein Gott, ihr seid damit... Das macht euch automatisch zu den mächtigsten Gegnern hier. Oder zu den stärksten Verbündeten. Oder zu den stärksten Verbündeten, ja. Ja, safe. Und wir lassen nicht zu, dass irgendwelche Dreizack-Loser, die die Insel bisher nur hässlich gemacht haben mit ihren Gebäuden, uns zu Ärger machen, unschuldige Hunde von Königen töten. Wir stehen hinter dir, Max. Oh mein Gott. Wir sind für Gerechtigkeit. Alter. König. Oh mein Gott. Wir kämpfen gemeinsam Seite an Seite für die Gerechtigkeit von Mr. Berger. Let's go. Aber Leute, wir sollten gemeinsam eine Allianz gründen. Ich meine, ihr seid die Wasserkrieger. Wir sind die Paul-Berger-Ritter. Wir sollten gemeinsam den Orden der Gerechtigkeit gründen. Oh, das ist krass. Wenn so etwas, wo man so ehrenlos wird, dass die Orden der Gerechtigkeit sich zusammentritt. Genau. Der Orden der Gerechtigkeit. Wenn man auf der YouTube-Insel Ungerechtigkeit herrscht, dann wird der Orden der Gerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgen. Für den Orden. 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 Für den Gerechtigkeit. Für den Gerechtigkeit. Für den Gerechtigkeit. Für den Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit. Okay, Leute. Dann möchte ich euch jetzt darum bitten. Zieht mit mir gemeinsam in den Krieg. Lasst uns Mr. Berger rächen. Und die Base der, wie heißen die nochmal? Drei Zack Hühner dem Erdboden gleich machen. Jetzt oder was? Jetzt. Ey, warte, warte. Ich hab noch sieben Schwarzpulver. Ich hab auch noch ein Schwarzpulver. Vier Schwarzpulver. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich hab's Nava einmal. Oh mein Gott. Wir werden die jetzt komplett wegfetzen. Wir werden die jetzt komplett wegfetzen. Warte mal. Komm mit rein. Armin, wie viel Zeit hast du noch? Ey, equippt euch. Equippt euch. Drei Minuten nur. Drei Minuten reicht. Oh mein Gott. Okay, da müssen wir uns jetzt... Warte, ich mach hier richtig schnell jetzt alles. Zack, zack, zack. Ey, wir haben vier TNT. Oh mein Gott. Wir werden die so wegfetzen. Hier, nimm Goldapfel, falzen Sie sich eindocken. Flauschi, du auch? Ja, ich hab einen Goldapfel. Alles gut. Okay, okay, okay. Aber jeder sollte einen im Inventar dabei haben. So, zack. Oh mein Gott. Okay, ich hab jetzt drei TNT. Für den König. Okay, Leute. Kommt. Kommt. Lasst uns gemeinsam angreifen. Einfach rein da. Einfach rein da. So, komm, 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 komm. Für die Gerechtigkeit. Angriff. Für die Gerechtigkeit. Wuhu. Oh mein Gott. Wir packen uns jetzt die Paulberger. Ah, die sind im Dschungelbeam hier, ne? Ja, ich weiß, wo die Base ist. Kommt, wir rushen dahin und zerfetzen alles jetzt da. Oh mein Gott, Leute. Das wird jetzt richtig crazy. So, erstmal schön was essen. Zack, zack, zack. Nicht, dass wir jetzt hier noch an Fallschaden sterben. Oh mein Gott. Wir sind einfach zu fünf. Was wollen die jetzt machen? Die haben sich hier einfach absolut mit den Falschen angelegt. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Okay, dann stellt euch hier alle hoch. Stellt euch hier alle in eine Linie. Oh mein Gott, ist das episch. Leute. Achtung, Achtung. Hier spricht der Ordnergerechtigkeit. Oh mein Gott. Wenn jemand hier drin ist, dann jetzt rauskommen. Leute, ich würde sagen, wir zählen jetzt gemeinsam runter. Für Mr. Berger. Angriff in drei, zwei, eins. Let's go. Oh mein Gott, ich werde jetzt hier die ganze Base zerfetzen, Leute. So, komm, ich habe Lava, Eimer, alles dabei. So. Oh, eine Leine. Okay, Leute. Alle hier weg, alle hier weg. Und weg, 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 weg. Blündert alles, blündert alles, wenn ihr was braucht. Ich werde mich ja alles aus den Kissen nehmen. Ich werde rein. Blündert alles. Und Achtung, Zündung, mit der Rektor. Zündung. Oh mein Gott. Leute, wir haben Verluste. Bro, die ganze Base ist kaputt. Ach, du Heilige. Oh mein Gott. Er hat vor mir Mr. Berger angegriffen. Was erwartet? Nicht nur angegriffen, abgeschlachtet. Was erwartet er? So. Leute, nein. Wir haben jemanden verloren. Wir haben Candy verloren. Die haben Candy jetzt auch noch auf dem Gewissen. Die Schweine. So, und jetzt. Verluste gibt es immer. Zack, jetzt werde ich hier noch schön Lava platzieren. Oh. Achtung, hier läuft es gleich Lava. Wo geht es hier runter? Hier ist ein Gang. Ja, hier ist eine Treppe. Der unten ist eine Schafscham. Oh mein Gott. Warte, ich gehe mal gucken. Oh mein Gott. Leute, die Basewood komplett zerfetzt von denen. Hahaha. So, wir gehen hier mal runter. Für Mr. Berger. Ja gut, das wäre hier. Was passt jetzt hier? Nein, ich werde jetzt hier nichts machen. Ich werde hier nichts machen. Ich bin ja nicht wie die. Ich werde nicht die Tiere von denen erledigen. Ja, okay. So. So was machen wir nicht. Noch weiter runter? Alter. So zur Höhle. Oh mein Gott. Guck mal, wir haben hier noch einen Hund. Lass ihn entführen. Sollen wir den auch entführen? Das wäre eigentlich gleiches mit gleichem. Gleiches mit gleichem. Boah, dann warte mal, ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Warte mal, ich werde hier um den Hund rum abbauen. Oha, du baust ihn ein oder was? Nein, nein, nein. So. In Lava, das ist, wenn die den rufen. Genau. Zack. Boah, das ist gottlos. So. Achtung, jetzt pass auf, dass sie den nicht runterwirft. Jetzt lassen wir den noch schön in Nachricht da. Ich lasse deinen Hund am Leben. Ich bin nicht so ehrenlos. So, aber das ist eine kleine Warnung. Das ist eine kleine Warnung. Nächstes Mal geht der in Lava baden, wenn die nochmal so Aktionen machen hier. So hier war das Hühnchen. So könnte es aussehen. Genau, so könnte es aussehen. Also Leute, ich glaube, wir haben die hier komplett hops genommen. Die sind wohl gerade nicht online, aber wir hätten die auch so oder so überrannt. Okay, komm, wir ziehen uns zurück. Rückzug in die Bergerburg. Ich habe mich ja so erschrocken, ey. Alter, Candy. Rückzug in die Bergerburg. Die haben wir platt gemacht. Oh. Alter. Die haben sogar einen Panda hier. Lass uns den Panda mitnehmen. Sollen wir den Panda klauen? Nein, ganz ehrlich. Leute, dann wären wir doch nicht besser. Dann wären wir doch nicht besser als die. Ich wollte gerade sagen. So was machen wir nicht. Ich glaube, die haben das jetzt mal als Warnschuss hier verstanden, wie wir die Base überrannt haben. So. Und nächstes Mal machen wir hier noch viel mehr Action, wenn die nochmal so eine Aktion bringen. Zack, das war nur ein kleiner Vorgeschmack, Junge. Das war nur ein Vorgeschmack hier. Okay, sehr gut, Leute. Das war ein erfolgreicher Angriff, würde ich sagen. Für den Orden. Für den Orden. Okay, Armin hat leider keine Zeit mehr. Der wurde schon ausgelockt. Und ich glaube, Flauschi auch. Aber, Wife, wenn irgendwas ist, du weißt, du kannst immer in die Bergerburg kommen. Falls du angegriffen wirst, schreib einfach. Weil ich wette darauf, dass die Dreizeitbrüder sich rächen werden. Für den Orden. Oh, Flauschi, du, ich dachte, wir hätten keine Zeit mehr. Also, wenn was ist, komm immer her. Egal, was ihr habt, egal, auch Candy. Wir machen als Treffpunkt, wenn irgendwas ist, und wir schreiben irgendwie Notfall oder SOS oder sowas in den Chat, dann immer Treffpunkt hier in der Bergerburg. Okay, okay. Immer genau hier. Genau. Okay, Flauschi, wenn was ist, du kannst auch immer schreiben. Ey, die werden sich safe rächen, ne? Ja, die werden sich hundertprozentig rächen, aber diesen Krieg gehe ich ein für Mr. Berger. Für Mr. Berger. Okay, okay. Gut, ich muss weitermachen. Das war's, ja? Haut rein, haut rein. Wenn irgendwas ist, schreib. Ciao, ciao. Machen wir. Boah, die Banner sehen so wild aus hier in der Burg. Holy moly. Okay, gute Arbeit, Candy. Ich werde jetzt hier nur ein bisschen verzaubern. Mach das, wir sehen uns. Ich muss Dinge tun, die einen Ritter so tun. Ja, okay. Gut, Leute, weil wir haben ja von Armin noch die Mending-Bücher bekommen. Übertrieben krass, Freunde. Wirklich richtig heftige Verzauberung. Jetzt können wir nämlich hier noch Mending auf unser Schwert einmal draufhauen, damit das, äh, zack, nicht kaputt geht. Und das machen wir auch noch hier bei unserem Hanicheimer. Zack, damit das auch nicht kaputt geht. Richtig, richtig gut, Leute. Zack, zack, zack. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Diamanten, damit wir mal irgendwann noch vernünftige Stiefel kriegen. Aber, Leute, wir werden immer stärker. Und der Krieg hat gerade erst begonnen. Leute, ich würde sagen, das soll es für diese Episode gewesen sein. Nicht vergessen, Sonntag, Paulberger Limo. Ab nächster Woche in jedem Edeka und Netto. Kauft euch die Paulberger Limo. Und dann würde ich sagen, liken und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crymax. Bis jetzt mal an. Was ist schön. Und dann Punkt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 했다. canvias학교. boku.